Ich mache, was ich will, wie das Wetter im April. Ich bin ein Mensch, der aufrecht steht. Ich lass mich nicht von außen steuern, vom Propaganda mich befeuern. Ich denke selbst und fühle tief und mein Geist ist frei, denn die Enge des Systems mich zwickt wie ein Korsett und seine Fratze zeigt und Feuer speit. Bin ich nicht nett und füge und belüge mich, ich bleib mir treu und echt. In meinem Herz steht mein Gesetz geschrieben, von ihm nur bin ich angetrieben. Bin weder rücksichtslos noch still, ich mache, was ich will, wie das Wetter im April. Ich bin ein Mensch, der aufrecht steht.